Hallo zusammen! Ein neuer Monat ist angebrochen und deswegen möchte ich euch heute meine neue Leseliste vorstellen. Und schon haben wir Oktober. Es ist unglaublich. Es ist Herbst, es ist der Monat der Buchmesse und es dauert nicht mehr lange, zwei Monate. Dann ist schon wieder Advent und wir sind schon so voll am Jahresende und es ist unglaublich. Es ist so schnell vergangen wie eine Zeit. Ja, ich dachte mir für den Oktober nimmst du dir ein bisschen mehr vor, was einfach daran liegt, dass es im Oktober in sieben Tage Lesen geben wird. Die Ankündigung müsstet ihr zu diesem Zeitpunkt schon gesehen haben, wenn nicht oder also falls es sie schon gibt, verlinke ich sie euch unten in der Infobox. Und dann ist es einfach so, dass der September zumindest bisher, also ich drehe das Video jetzt so eine Woche vor Monatsende, und bisher ist der September lesetechnisch überhaupt nicht gut gelaufen, zumindest was die Menge angeht. Ich habe irgendwie keine Zeit zum Lesen gehabt. Ich weiß gar nicht genau wann. Also ich habe irgendwie jeden Abend gelesen, aber doch irgendwie immer nur kurz und letztendlich kam es mir auch viel zu wenig vor. Ich hatte so oft tagsüber Momente, wo ich so dachte, jetzt einfach in Ruhe lesen, da hätte ich jetzt richtig Lust zu. Und ich hatte auch so Lust auf die Bücher, aber ich hatte so viel zu tun für die Uni, weil ich da auch ein Praktikum hatte und mit der Arbeit und mit irgendwelchen anderen Sachen, dass ich es nicht geschafft habe. Und ich habe jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, glaube ich, drei Bücher beendet und eins davon habe ich schon im August angefangen. Also es ist wirklich deprimierend. Ich denke mal, wenn der Monat vorbei ist in einer Woche, werden es so vier oder fünf Bücher sein letztendlich, die ich gelesen habe. Ja, und es fehlt mir richtig so, mich einfach mal so einen Nachmittag komplett entspannt aufs die Couch legen zu können und einfach nur so zu lesen und nicht erst abends zu kurz vorm Schlafen. Und deswegen dachte ich, im Oktober wird das wahrscheinlich alles ein bisschen anders sein. Da werde ich mehr Zeit zum Lesen haben, zumindest so wie ich mir das vorstelle, weil einfach die Sachen, die mir im September die Zeit geklaut haben, zum Lesen wegfallen. Und deswegen habe ich mir für den Oktober ein bisschen mehr vorgenommen. Insgesamt sind das elf Bücher. Aber was man dazu sagen muss, alles, was ich jetzt im September nicht zu lesen schaffe, da ist der Rest meiner Leseliste da. Das lasse ich da liegen und versuche es im Oktober auch noch unterzubringen. Ich hoffe einfach, dass es ein richtig lesereicher Monat wird. Ich habe da auch voll Lust drauf, wenn es draußen regnet, mir hier so ein paar Kerzen anzuzünden, Tee zu kochen und einfach so einen ganzen Nachmittag nur zu lesen. Da habe ich gerade so Bock drauf und ich hoffe sehr, dass das im Oktober mal klappt. Und deswegen, wie gesagt, elf Bücher mit insgesamt 4.096 Seiten, was 132 Seiten am Tag machen würde. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich ein Buch in diese Berechnung noch nicht mit eingezogen habe. Also das elfte Buch im Prinzip, weil ich das vergessen habe, als ich die Seiten gezählt habe, weil ich das Buch noch nicht hier habe. Ich möchte nämlich mit der lieben Clary Morgenstern zusammen das neue Buch von Mona Kasten lesen. Nämlich Cold World City heißt es, glaube ich. Das habe ich noch nicht hier. Ich blende euch das Cover hier an der Seite ein. Das wollen wir auf jeden Fall zusammen lesen und da ich mir das noch bestellen muss, habe ich das total vergessen, das mit einzuberechnen. Aber es macht ja nichts. Ja, in dem Buch geht es, glaube ich, irgendwie wieder um Menschen mit besonderen Begabungen. Es geht so in Richtung Fantasy, Mystery, irgendwie Mutanten. Auf jeden Fall Menschen, die besondere Begabungen haben und ich glaube, deswegen gejagt werden. Und die Protagonistin schließt sich, glaube ich, irgendeiner Geheimorganisation an oder so. Ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf. Dass ich mir das durchgelesen habe, ist auch schon eine ganze Weile her. Das war noch bevor das Buch erschienen ist. Also ja, ist schon ein Weichen her. Aber das wollen wir auf jeden Fall zusammen lesen. Das ist so unser Buch für den Oktober und so das erste Buch aus meiner Leseliste, bevor ich es nämlich vergesse. Weil Bücher, die hier nicht liegen, vergesse ich voll oft. Dann gibt es ein, ja, ein totales Must-Read für mich im Oktober. Das ist der dritte Teil einer Reihe. Ne, Quatsch, das ist sogar schon der vierte Teil einer Reihe. Und die anderen drei Teile habe ich nämlich immer so die letzten Jahre im Oktober gelesen. Wobei ich gar nicht weiß, ich glaube, Teil 3 habe ich... Habe ich denn auch letztes Jahr im Oktober gelesen? Ich glaube, einmal habe ich es aus der Reihe gelesen. Aber eigentlich sind das so meine Oktoberbücher. Und zwar möchte ich Lockwood & Co. Das flammende Phantom lesen. Das ist der vierte Teil der Lockwood & Co. Reihe. Und im November erscheint tatsächlich auch schon der fünfte. Der ist so grün und heißt Das verfluchte Grab oder irgendwie sowas in der Art. Und allein deshalb wird es jetzt echt Zeit, dass ich diese Reihe weiterlese. Aber wie gesagt, es sind für mich auch echt Oktoberbücher. Ich habe den ersten Teil zu Halloween gelesen. Ich habe den zweiten Teil zu Halloween gelesen. Beim dritten bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube auch, weil auch letztes Jahr im November dann der vierte erschienen ist, glaube ich. Und das wollte ich dann nämlich eigentlich direkt hinterher schieben. Hat nicht so ganz geklappt. Deswegen lese ich es jetzt einfach wieder im Oktober. Ich finde einfach, es passt so perfekt zu Halloween. Halloween, weil es hier auch so um Geister geht. Letztendlich, falls ihr Lockwood & Co. noch nicht kennt, geht es darum, dass... Also es spielt in England und dort treten immer wieder Geister und ich glaube auch so gewisse Art von Dämonen auf. Und greifen die Menschen an. Aber es ist halt so, dass nur Kinder und Jugendliche diese Wesen sehen können. Erwachsene verlieren diese Fähigkeit. Und deswegen können natürlich auch nur Kinder und Jugendliche diese Wesen bekämpfen. Und so gibt es einige Agenturen, die sich halt darauf spezialisiert haben, diese Geister halt auszutreiben. Und Lockwood & Co. ist einer davon. Da zu gehören eben Lockwood und George und unsere Protagonistin Lucy. Und die drei machen sich dann halt immer wieder auf Geisterjagd. Und ja, darum geht es so im Prinzip. Ich mochte die ersten drei Teile sehr gern. Teil 3 hatte ein wahnsinnig fieses Ende. Und deswegen wollte ich damals eigentlich auch Teil 4 direkt hinterher schieben. Irgendwie hat es nicht geklappt. Und dann war die Zeit einfach vorbei. Also ich finde so, im Oktober geht das gut, im November auch noch. Im Dezember passt das Buch nicht und im Frühling passt es dann auch nicht mehr. Dann ist es zu spät. Also für mich sind das echt so totale Herbstbücher. Und deswegen muss ich das jetzt im Oktober lesen. Das liegt ganz oben auf meiner Leseliste. Ich freue mich da auch einfach wahnsinnig drauf. Bin gespannt, welches Abenteuer die drei diesmal erleben. Vor allem nach dem Ende. Und ja, das wird mein Oktober-Highlight werden. Dann habe ich mir vorgenommen, ein Buch zu lesen, was ich schon mal angefangen hatte. Am Anfang des Jahres. Aber irgendwie war da nicht die richtige Zeit. Ich war dafür nicht in der Stimmung und habe das immer zur Seite gelegt und von mir her geschoben. Was glaube ich nicht so sehr mit der Geschichte zu tun hatte, sondern dass es in dem Moment einfach nicht passte. Und zwar rede ich von Origin Schattenpunkte von Jennifer L. Armstrong. Das ist der vierte Teil und auch der vorletzte Teil der Lux-Reihe. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, die Reihe zu beenden und die Teile so jetzt nacheinander zu lesen. Und den dritten hatte ich dann auch gelesen. Und wir hatten angefangen. Ja, ich habe gelesen bis Seite 80. Also ich bin echt nicht weit gekommen. Das war glaube ich im Februar oder so. Und dann lag das noch zwei Monate neben meinem Bett und ich habe irgendwie nie danach gegriffen und habe es dann irgendwann wieder ins Regal zurückgestellt. Ich weiß nicht warum. Es war einfach wirklich... Ich hatte einfach nicht so die Stimmung für das Buch. Man muss halt auch sagen, dass der vierte Teil anders ist als die Vorgänger. Weil die Ausgangssituation eine ganz andere ist. Und dadurch die ganze Stimmung und Atmosphäre ist irgendwie anders, hatte ich so auf den ersten 80 Seiten zumindest das Gefühl. Und irgendwie war das in dem Moment nicht das Richtige für mich. Vielleicht auch einfach, weil ich es nicht erwartet hatte. Oder ja, weil es einfach... Es passt da einfach gerade nicht. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, dass ich dieses Buch dieses Jahr unbedingt noch fertig lesen will, weil ich es ja schon angefangen habe. Und habe es mir deswegen jetzt für den Oktober vorgenommen. Ich hoffe, das klappt auch. Da ich jetzt auch weiß, was mich erwarte, sage ich mal. Ich habe noch recht gut im Kopf, was auf den ersten 80 Seiten so passiert ist. Viel war es ja nicht. Und von daher denke ich, dass ich da auch einfach weitermache und die ersten 80 Seiten nicht nochmal lesen werde. Vielleicht überfliege ich es hier mal kurz. Und ja, es wäre auf jeden Fall toll, wenn ich das noch schaffen würde. Weil dann könnte ich vielleicht sogar die Reihe dieses Jahr noch beenden, wenn ich den letzten Teil dann im November oder Dezember noch hinterher schiebe. Da fällt mir gerade ein, dass ich glaube, zumindest Lockwood & Co. war auf meiner 17 für 2017 Liste. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich... Ich habe hier eine 17 für 2017 Liste und die Blacklist. Und habe festgestellt, dass ich diese 17 für 2017 Liste voll außer Acht gelassen habe. Ich habe so zwei, drei Bücher davon gelesen. Ungeplant, also ohne auf die Liste zu gucken. Das war halt Zufall. Und jetzt dachte ich mir, ich sollte vielleicht zum Jahresende jetzt mal gucken, dass ich davon noch irgendwas gelesen kriege. Und ich glaube, Lockwood & Co. der vierte Teil war da drauf. Und jetzt dieses Buch hier, nämlich Safique von Catherine Fischer. Das ist der zweite Band von... In Cateron ist auch der letzte Teil. Es ist nur eine Dialogie. Und In Cateron habe ich gelesen, ich weiß nicht, das ist auch schon ewig her, vor zwei Jahren oder so. Also es ist schon recht lange her. Und von daher wird es echt Zeit. Und deswegen hatte ich mir jetzt auf diese Liste gesetzt. Und da wir es schon im Oktober haben, dachte ich mir so, ja, so ein paar Bücher von der Liste solltet ihr jetzt nochmal in Angriff nehmen. Weil das halt auch alles Bücher sind, die schon sehr lange auf meinem Sub liegen. In Safique, beziehungsweise in Cateron geht es um Finn. Genau. Und Finn lebt halt in En Cateron. En Cateron ist ein, ja, Gefängnis, aber kein normales Gefängnis. Sondern die Leute leben dort praktisch wie in einer kleinen Siedlung. Die laufen da frei rum und so. Aber es ist da immer dunkel und die Lebensbedingungen sind halt nicht sehr gut. Und die haben sich da irgendwie so eine Art Gesellschaft erschaffen. Und dieses Gefängnis scheint auch irgendwie zu leben. Und es geht um Catherine, die, ich glaube, wie hieß sie? Claudia. Ich wusste irgendwas mit C. Es geht um Claudia, die nicht in einem Gefängnis lebt, sondern halt in irgendeinem Anwesen. Deren Vater ist auf jeden Fall sehr reich oder die Familie ist sehr reich. Und sie lebt in so einer Art goldenen Käfig. Und die beiden schaffen es, über die Mauern des Gefängnisses hinweg, Kontakt miteinander aufzunehmen. Und Claudia nimmt sich halt vor, Finn zur Flucht zu verhelfen. Was genau dann im Einzelnen passiert, müsst ihr natürlich selbst lesen. Ich fand den ersten Teil auf jeden Fall recht gut. Ich fand auch einfach diese ganze Welt von En Cateron sehr interessant und cool gemacht. Und deswegen war ich auch immer sehr neugierig auf den zweiten Teil. Und habe mir den wirklich direkt, nachdem ich Teil 1 beendet hatte, gekauft. Aber irgendwie ist er dann hier auf meinem Sub versunken. Und das möchte ich jetzt ändern und möchte es im Oktober gerne lesen. Wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, ist im August ein neues Buch von Ursula Posnanski erschienen. Und ich bin ein großer Ursula Posnanski-Fan und hatte mir eigentlich immer vorgenommen, ihre neuen Bücher sofort zu lesen. Doch beim letzten Buch hat das nicht ganz geklappt. Das ist immer noch auf meinem Sub und zwar Elanus. Ich weiß gar nicht mehr, wann das rausgekommen ist. Auf jeden Fall war das auch so ein Buch, was ich eigentlich sofort lesen wollte. Und dann hatte ich aber irgendwie nicht die Zeit dafür und seitdem versauert es hier. Und dann ist jetzt ein neues Buch erschienen und ich dachte, das geht nicht. Du kannst ihr neues Buch nicht kaufen und lesen, bevor du Elanus nicht endlich mal gelesen hast. Das kann es ja irgendwie nicht sein. Und ich hatte Elanus auch schon mal auf meiner Liste im Laufe des Jahres. Aber ich weiß auch nicht. Es hat immer nicht geklappt. Jetzt im Oktober möchte ich es aber auf jeden Fall lesen, weil ich dann nämlich ganz ohne schlechtes Gewissen Aquila kaufen kann, ihr neues Buch. Und ja, in Elanus geht es um Jonah, der irgendwie eine Drohne, genau, eine Drohne gebaut hat, mit Mikrofon und Kamera ausgestattet und damit seinen Mitmenschen hinterher spioniert. Und dann sieht er eines Tages etwas, was absolut nicht für ihn bestimmt war und was ihn dementsprechend auch in Gefahr bringt. Klingt also echt wahnsinnig spannend und ja, das muss im Oktober einfach dran glauben. Dann habe ich natürlich auch im Oktober trotz dieses ekligen grauen Wetters und Halloween etwas Platz für ein paar Liebesgeschichten und möchte den dritten Teil einer Reihe lesen, nämlich Paper Palace von Aaron Watt. Das ist, wie gesagt, der dritte Teil Paper Princess und Paper Prince. Habe ich dicht hintereinander gelesen gehabt und fand ich beide total genial und hatte mir den dritten Teil dann auch direkt gekauft. Ich glaube, das war im Juli oder so. Also es war irgendwie zu den Semesterferien hin, müsste im Juli gewesen sein. Aber aus irgendeinem Grund habe ich ihn dann nicht gelesen. Aber das möchte ich jetzt, weil ich auch einfach wissen will, wie es weitergeht, weil der zweite Teil echt ein fieses Ende hatte und ich muss einfach wissen, was jetzt passiert. Und ich dachte, bevor ich irgendwas Neues anfange an Reihen in diesem Genre, lese ich doch die erstmal zu Ende, beziehungsweise es kommt ja dann noch ein vierter Teil, der, glaube ich, erst aber gar nicht mehr geplant war. Ich weiß auch gar nicht, ob das die gleiche Protagonistin hat. Heißt dann Paper Passion, was ich schon kacke finde, weil Royal Passion fand ich ja so schrecklich und irgendwie, dass es das gleiche Wort im Titel hat, macht mir das irgendwie kaputt. Auf jeden Fall erscheint er bald, aber bis dahin habe ich halt die bisher erschienenen Bände dann erstmal abgeschlossen und kann dann erstmal beruhigt, vielleicht was Neues anfangen, mal schauen. Ich glaube, zu der Geschichte brauche ich nicht allzu viel zu sagen. Es geht um Ella, die sich allein durchschlägt nach dem Tod ihrer Mutter, bis dann ein Vormund auftaucht und sie mit in die Familie nimmt. Und das ist dann die Familie Reed mit fünf Söhnen, glaube ich. Waren es vier oder fünf? Ich glaube fünf. Und einer davon macht ihr das Leben besonders schwer, nämlich Reed. Aber ausgerechnet zudem fühlt sie sich auch noch hingezogen. Und ja, wie das Ganze weitergeht, müsst ihr denn selbst lesen, auch wenn ich glaube, dass man es sich denken kann. Mir haben die ersten beiden Teile auf jeden Fall gut gefallen und ich hoffe, dass es mir mit dem dritten Teil genauso gehen wird. Das nächste ist ein Blacklist-Buch, wobei mir gerade einfällt, ich hatte mir erst überlegt, zwei Bücher von der Blacklist vorzunehmen. Also Clary hatte mir wieder zwei vorgeschlagen und irgendwie konnte ich mich nicht entscheiden und dachte, nimmst du einfach beide, aber da meine Leseliste jetzt auch so schon recht lang ist, habe ich mich dann doch für eins entschieden. Und zwar ist das Eleanor and Park von Rainbow Rowell. Das andere, was zur Auswahl stand, war die Auserwählten in der Todeszone, der letzte Band der Auserwählten-Trilogie, den ich auf jeden Fall auch noch lesen will, bevor nächstes Jahr der Film ins Kino kommt. Aber da das noch ein bisschen Zeit hat, habe ich mich dann eben für dieses Buch entschieden. Ich glaube nämlich auch, dass sich das recht schnell lesen lassen wird. Hier geht es ja irgendwie um zwei Jugendliche, die irgendwie ganz besonders in Kontakt zueinander treten, irgendwie beide Außenseiter und genau, sitzen dann im Schulbus nebeneinander und Park liest halt irgendwie seinen Comic und irgendwie sitzen die beiden dann immer wieder nebeneinander und Eleanor fängt an, leise diese Comics mitzulesen und irgendwie, keine Ahnung, entwickeln die dann eine ganz besondere Beziehung zueinander und eine ganz eigene Art von Kommunikation. Klingt auf jeden Fall nach einer recht besonderen Geschichte und ich weiß, dass dieses Buch auch sehr viel Hype ausgelöst hat, als es rauskam. Von daher bin ich da schon neugierig drauf bei mir. Gammelt das jetzt schon zwei Jahre oder so rum? Also es wird auch echt Zeit, dass ich es lese. Von daher bin ich auch ganz froh, dass die liebe Clary das für mich ausgewählt hat. Das nächste Buch ist ein Neuzugang aus dem August, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar eine, denke ich mal, recht fröhliche Geschichte, nämlich Piper Parrish von Kyla Kagan. Hier geht es um drei Freunde. Es geht um Piper, ihren Freund Enzo und ihre beste Freundin Kit, die alles tun wollen, um ihre Träume zu verwirklichen. Die wollen dafür irgendwie nach New York gehen. Doch dann geht plötzlich alles schief. Pipers Freund Enzo erklärt ihr, dass er sich neu verliebt hat, und zwar in einen Jungen. Und ihre beste Freundin Kit fällt durch die Aufnahmeprüfung an der Kunsthochschule in New York. Und deswegen stehen dann plötzlich alle ihre Pläne auf der Kippe. Doch Piper will das nicht hinnehmen. Und hält an diesen Plänen fest und versucht irgendwie alles noch zum Guten zu wenden. Ich finde einfach, das klingt nach einer schönen, lebensfrohen, bunten Geschichte, die man mal so locker weglesen kann. Und bin da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Wir nähern uns dem Ende meiner Liste. Drei Bücher haben wir hier noch. Das nächste ist eine Fantasy-Geschichte. Und zwar die Königskroniken. Ein Reif aus Eisen. Das erscheint jetzt erst im Oktober. Ich habe es schon etwas früher zur Verfügung gestellt bekommen und bin da auch recht neugierig drauf. Das Ganze wird so ein bisschen beworben als das deutsche Game of Thrones, weil es halt so eine ähnliche Grund, wie nennt man das, Ausgangssituation bietet. Es geht um ein Kaiserreich. Und der Führer dieses Kaiserreichs, Morva, merkt halt, dass der Umbruch kommt. Und er muss sich entscheiden, welchem seiner Söhne er die Macht übergeben will. Und welchen seiner Söhne er zu seinem Nachfolger ernennen will. Und das Schicksal der Welt entscheiden aber letztendlich drei ganz andere Personen. Da ist zum einen die junge Laiken, die ihre Schwester retten will, die irgendwie entführt wurde oder gefangen genommen wurde. Auf jeden Fall macht sie sich auf die Suche nach ihrer Schwester und wird dabei selbst gefangen genommen. Dann gibt es noch ein Sklavenmädchen oder so. Auf jeden Fall heißt sie Ildris, die ein wichtiges Geheimnis mit sich trägt. Und es gibt die uneheliche Tochter des Kaisers, die auch eine wichtige Rolle in dem ganzen Gefüge spielt. Also es wird sich wohl irgendwie um diese drei Frauen hauptsächlich ranken. Alles ist irgendwie miteinander verknüpft. Klingt für mich auf jeden Fall nach einer guten Idee. Und ich hoffe, dass das Buch mich überzeugen kann. Das Ganze ist der erste von vier Teilen. Und der nächste erscheint schon im Januar. Und deswegen dachte ich mir, lese ich das lieber jetzt recht früh. Falls es diesen Monat nicht klappt, kann ich es dann halt im November noch lesen. Aber eben so, dass ich es bisher nur gelesen habe, wenn dann die Fortsetzung erscheint. Ich habe mir nämlich vorgenommen, bei Reihen, die noch nicht ganz erschienen sind, den Folgeband immer dann zu lesen, wenn er erscheint. Sprich, den ersten Teil zu lesen, bis der zweite erschienen ist und den zweiten zu lesen, bis der dritte erschienen ist. Und das nicht mehr so vor mir her zu schieben und anzusammeln. Hat früher immer ganz gut geklappt. Irgendwie hat sich das verändert. Und ich versuche da so ein bisschen wieder hin zurückzukommen. Und dachte, mit dem Buch kann man doch dann mal einen guten Anfang, was das angeht, macht. Dann möchte ich gerne lesen Zimt und Weg von Dagmar Bach. Das ist auch der erste Teil einer Trilogie. Hier geht es irgendwie um ein Mädchen, das unwillkürlich durch die Zeit reist oder irgendwie auf einem anderen Ort landet, wo sie immer jemand anders ist. Ich habe es gerade nicht mehr genau im Kopf, was genau da passiert. Auf jeden Fall hat die Jessie das so angepriesen. Und mir immer wieder gesagt, dass ich das lesen und kaufen muss. Und ich habe es letztendlich getan und werde das jetzt direkt im Oktober lesen, weil Jessie den zweiten Teil noch bei sich liegen hat und den jetzt im Oktober auch gerne lesen möchte. Und wir könnten den ja dann zusammen lesen, vorausgesetzt ich bin so schnell und schaffe es tatsächlich, den ersten zu lesen. Aber ich glaube, das wird nicht so das Problem, weil der ist auch nicht recht dick. Und ich denke mal, dass das eine Geschichte ist, wo man recht schnell durchkommt. Und in dem Fall würde ich dann im Oktober mit der lieben Jessie zusammen den zweiten Teil gleich hinterher schieben. Den habe ich jetzt noch nicht hier. Habe ich in eine Berechnung auch erstmal nicht eingezogen, einbezogen, weil das wird dann eher so ein spontanes Ding werden. Aber es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir das schaffen würden. Und zu guter Letzt möchte ich im Oktober ein Buch lesen, wo ich einfach glaube, dass es wundervoll in diesen Monat passt. Und zwar ist das Familie Grace, der Tod und ich von Laura Eve. Hier geht es eben um die Familie Grace, äh, Grace, genau. Es geht um die Familie Grace und die drei Töchter dieser Familie, nämlich Fendrin, Thalia und Summer. Und die drei sind die heimlichen Stars an ihrer Schule, um die sich aber auch sehr viele Geheimnisse und Gerüchte ranken. Einige sagen sogar, die haben mit dunkler Magie zu tun, aber trotzdem fühlen sich alle von ihnen hingezogen. So auch die Außenseiterin River, die es kaum glauben kann, als sich Summer Grace plötzlich mit ihr anfreundet und sie in den Familie, in den, ähm, und sie in den, äh, und sie in den Kreis der Grace mit aufnimmt. Und als sie dann da in der Familie ist, muss sie sehen, dass nichts in dieser Familie so ist wie es scheint. Es gibt viele Geheimnisse und plötzlich wird eine von ihnen auch noch tot am Strand aufgefunden. Ich finde einfach, das klingt nach einer fantastischen Geschichte für den Oktober. Es passt einfach stimmungsmäßig, glaube ich, sehr gut. Und es erinnert mich an, ähm, wenn der Sommer endet, das habe ich letztes Jahr im Sommer gelesen, aber das spielt eben im Oktober. Und da geht es auch so darum, dass es so eine Familie gibt mit Geheimnissen, mit einem Familiengeheimnis, die aber irgendwie einmal im Jahr immer vom Pech verfolgt ist. Und das Ganze hat auch so eine recht süßere Stimmung. Ich glaube, dass das recht ähnlich ist, so von der Atmosphäre her. Und denke deswegen, dass es einfach fantastisch in den Oktober passt und möchte es deshalb gerne da lesen. Das war es ja auch schon, meine Leseliste für den Oktober. Es ist, wie gesagt, eine eher, ja, etwas längere Leseliste, aber ich hoffe auch einfach auf sehr viel Lesezeit im Oktober. Es ist auch einfach im Herbst so die Jahreszeit für viele gemütliche Lesestunden, so mit einer Tasse Tee dabei. Und ja, ich hoffe einfach, dass es so kommt und hoffe auf das Beste. Wie gesagt, gibt es ja auch in 7 Tage Lesen, wo ich sehr viel lesen möchte. Dazu, wie gesagt, verlinke ich euch die Infos nochmal unten in der Infobox. Ich dachte, ich zeige euch meine Leseliste aber trotzdem nochmal kurz auf einen Blick, auch wenn sie so groß ist, dass mir der Stapel wahrscheinlich gleich umkippt. Und zwar Lockwood & Co. der vierte Teil, Origin, Nan, Safiq, Elanus, Paper Palace, Eleanor und Park, die Falschrum, Piper Parish, die Königskroniken, Zimt und Weg und die Familie Grace, der Tod und ich. Das sind so die Bücher, die ich gerne lesen möchte. Wie immer verlinke ich sie euch alle unten in der Infobox. Und ja, das war's. Wenn euch meine Leseliste gefällt, gebt dem gerne einen Daumen hoch. Ansonsten verreibt mir doch gerne, welche Bücher wollt ihr im Oktober lesen. Habt ihr vielleicht auch, so wie ich mit Lockwood & Co. eine Buchreihe, wo ihr denkt, die müsst ihr einfach im Oktober oder zumindest jetzt im Herbst lesen. Dann teilt mir das gerne mit. Vielleicht ist auch noch ein kleiner Tipp und eine kleine Empfehlung für mich dabei. Und ja, ansonsten war's das. Kommt gut in den neuen Monat rein. Und genießt den 3. Oktober, da ja hier in Deutschland ein Feiertag ist. Vielleicht habt ihr ja sogar ein langes Wochenende und könnt schön viel lesen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.